so wir scheiß noch ein bisschen auf die symmetrie ich baue hier nicht einfach mal so nicht bei mir mal so eine art jahre weg zum spawning ground so 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 Prozent wenn ich in der Mühlenkreuz so noch drei Zäune Ja. Geh! 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 und hier habe ich so einen Eindruck dass sie die Textur nicht so ganz stimmen ich weiß es nicht was stimmt hier nicht ganz schlecht irgendwas ist ja auf jeden fall trefflich durcheinander gekommen das ist auch nicht die rotenflaschtextur und ich bei honeyball egal schade wir können auch vorerst die viecher gar nicht verkloppen leider wir haben leider zurzeit auch kein stein schwert so spitzhocke dahin zwei zornen teuerchen dahin ähm irgendwas irgendwas ist ja gerade merkwürdig ich weiß bloß nicht was was okay das war eine ganz schlechte Idee ich glaube hier pflanze ich nicht noch einen baum hin weil sonst sieht es ein bisschen scheiße aus weil dann ich werde ich dem problemchen kriege hier mit dem äh äh schon hier alles zeug hier dann noch nicht gescheit wächst ähm äh alter äh äh ne ich hab da den verdacht dass da irgendwas ein bisschen durcheinander geraten ist äh 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 also ist irgendwie merkwürdig so irgendwas ist ja wir haben irgendwie scheinbar in einem Textvonpack durcheinander geraten, ich weiß nicht warum ich weiß es nicht aber ich sollte erstmal warten bis es irgendwas hier zu futtern gibt Fn, F3 H6 H6 dann pflanzen wir es nochmal an das Problem ist solange es nicht erstmal nachgewachsen ist so 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 Das war's für heute. 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 Und grüßt mir natürlich den komischen Typen da unten auf seinem, der da unten gerade in der Höhle rumgefallen ist und jetzt am Dorf rumhängt. Schöne Grüße mal an den. Also, ciao.